so das abenteuer des lebens ich grüße euch ja also heute ist ein freitag und es ist jetzt ungefähr eine woche her als begonnen hat dass ich mich so schlappig fühlte vor den heimat tagen und genau hatte ja montag dienstag im bett gelegen und dann mittwoch das hat die power training gegeben und dann dann hast du das ein bisschen ruhiger gemacht und dachte jetzt mache ich wieder sport und kommen wieder so langsam rein starte mit joggen und solchen sachen also mit leichtem alles erst mal leicht und mein körper sagt allerdings noch nein also angesichts auch der wärme noch mache locker und ich nehme euch heute einfach mal mit und zeige euch wie man sich sanft wieder aus einer regenerationsphase in eine kraftphase hinein bewegt also aus der weiblichen dem energie wieder in die männliche yang energie langsam sich hoch power in balance in liebe alles klar hinter mir seht ihr das wunderschöne sonnenblumenfeld vor unserem haus und ihr erinnert euch vielleicht wie ich so im april da drinnen saß in diesem feld und den ganzen giersch hinaus befördert habe und jetzt freunde so geil vor dem haus und auch hinter dem haus zeige ich euch später noch mal blüht alles also es lohnt sich tief 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 im inneren zu graben und die wurzeln aus deinem alten leben hinaus zu befördern und neue erde in die hand zu nehmen und ja alles erstrahlen zu lassen genau und in diesem bewogenen sonnenblumen mehr werde ich gleich mal ein bisschen an die vor drehen starten bis gleich also älter 1 2 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und über das weiche, weibliche, fließende, finde ich das Ski. Das La-ki, La-chi, die Energieprana, die Lebensenergie in den Fluss. Also im Klartext sind das natürlich auch alle Blutbahnen, alle Stoffwechselprodukte, alle Lymphbahnen. Und allerdings auch die Meridiane und Nadis, in Indien heißen die Nadis, die feinsten Energiebahnen, die dann wieder in den Fluss kommen. Und über das Faszienkostüm sind all unsere Zellen, alle 90 Billionen Zellen, wie so ein Superman- oder Superwoman-Poweranzug miteinander verbunden. Und alle Zellen telefonieren auch wie über ein Glasfasernetz. Die haben einen Mikrocomputer drin, einen Mikrotubuli nennt sich das, also wirklich kleinste Informationsaufnehmer. Und ja, es ist ein Informationsfasernetz. Also je besser die Faszien miteinander in Verbindung sind, umso besser funktionieren wir. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018